Ich bin noch kaputt. Vom Spiel, du auch? Ja, auch ein bisschen. 300 hat gewonnen. Ganz andere Spiel als letzte Woche. Wie war die Einstellung zum Spiel heute? Wir sind wesentlich besser ins Spiel gekommen. Wir haben direkt gute Umschaltmomente gehabt, haben relativ gut gegen den Ball alle gearbeitet und wenn man dann einfach im Spiel drin ist, dann sieht man in welche Richtung dann direkt das Spiel kippen kann und dann gehen viele Sachen einfacher und ich glaube wichtig war, dass wir heute echt so früh die Tore gemacht haben und dann haben wir das, glaube ich, ganz ordentlich auch über die Runde gebracht. Jetzt hat der Trainer vor allem die Abwehrleistung letzten Wochen moniert, zu viele Gegentore. Wie wichtig ist das auch für euch als Abwehrspieler? Ja, ist schon wichtig. Also, dass wir einfach wissen, dass wir stabil stehen können, dass wir als Mannschaft auch gut verteidigen. Gerade für Abwehrspieler ist immer das primäre Ziel erstmal zu Null. Dann ist quasi der Job hinten erstmal erledigt und darauf kann man aufbauen. Und ja, das ist gut, dass es heute funktioniert hat. Das gibt einem Selbstvertrauen. Jetzt müsst ihr Freitag direkt weiterspielen. Flutlicht liegt euch. Ja, wir spielen sogar schon am Dienstag. War nicht am Dienstag. Ja, wir spielen zweimal unter Flutlicht. Ja, auf jeden Fall jetzt in der Spur bleiben, schnell regenerieren und dann angreifen. Wie ärgerlich ist die Gelb-Rote für Simon kurz vor Schluss? Sehr ärgerlich. Also, ich glaube, ohne jetzt einen Schiri zu sehr zu kritisieren, aber ich fand, das war eine Entscheidung, die kann man auch mit ein bisschen Fingerspitzengefühl anders treffen, weil das erste Fall, glaube ich, auch nicht so hart war und deswegen tut es schon weh. Martin hat 3-0 gewonnen, zwei Tore gemacht, eins vorbereitet. Ja, super Tag. Ja, alles gesagt. Wir können aufhören. Okay. Nein, aber es war heute direkt, ich glaube, nach zwei Minuten ist es 1-0, wahrscheinlich auch selten, nach einem Einwurf. Direkt stand es immer frei vom Tor. Es gibt es nicht so oft. Ja, schnell geschaltet von Dada und von mir dann auch. Ich habe gesehen, dass er sich den Ball holt und schon mit einem leichten Schielen auf mich guckt. Und dass er so weit wirft, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber, aber wie gesagt, Stellungsspiel war, glaube ich, von den Cottbussern jetzt auch nicht so überragend. Von daher, ja, nehme ich dankend an. Hast du ein bisschen gezügelt, dann direkt Torwart ausgeguckt oder was hast du dann gesagt? Nee, nee, nee. Also, ich habe natürlich geguckt, ob links, rechts vielleicht einer läuft von mir oder auch von Cottbus. Aber ja, am Ende, am Ende ist natürlich keiner, keiner mitgelaufen. Und dann habe ich gesagt, ach, versuchste, schießte und drin war er. Ist das was Besonderes, gegen den Ex-Verein zu spielen oder dann noch zwei Tore zu machen? Ja, natürlich. Also, wie gesagt, 13 Jahre sind nicht einfach so, sind nicht so aus der Welt. Ich habe da von der F-Jugend bis zur zweiten Liga alles gespielt und ja, ich schiele schon gerne auf den Verein, weil, wie gesagt, mein Papa hat da sehr lange gespielt. Ich habe da sehr lange gespielt und mich freut, dass die halt wieder zurück in der dritten Liga sind. Jetzt hast du jetzt letztlich immer von Anfang an gespielt, dann warst du wieder auf dem Platz. Ist das heute für dich auch wichtig, sofort ein Zeichen zu geben, wenn man da wieder in der ersten Elf ist? Ja, natürlich. Für mich persönlich natürlich. Es ist ein geiles Gefühl. Ich meine, wir haben gewonnen. Ich habe gespielt, ich habe Tore geschossen, Vorlage gemacht. Also, natürlich ist das schön. Und nichtsdestotrotz geht es am Dienstag weiter. Und natürlich wollen wir die Euphorie mitnehmen, aber wir müssen auch alles mal so ein bisschen den Ball flach halten und am Dienstag genau das Gleiche abliefern. Ja, hast du schon gesagt, das dritte Tor hast du mit dem Freistoß gut vorgelegt. Yannick Borgmann sein erstes Tor gemacht. Was hast du zu dem Jungen? Ja gut, der ist gefühlt drei Meter. Also, irgendwann muss er auch mal ein Tor machen. Ja, freut mich sehr für den. Wie gesagt, ich glaube, aus dem Spiel heraus glaube ich eher nicht, dass der ein Tor macht, dass der jetzt irgendwie vorne eins gegen eins gegen den Torwart steht. Aber Standards ist riesen Qualität von dem. Und ja, der rennt gut durch und berührt ihn nur leicht, sodass der Torwart, sage ich mal, nicht ganz so weiß, was er machen soll. Ja, Yannick, wie war das Gefühl nach dem Tor? Unbeschreiblich. Erstes Providor ist, glaube ich, immer etwas Besonderes. Und ja, dass es dann so klappt. Zweite Halbzeit, 3-0 machen wir den Deckel fast drauf. Klar, nach hinten heraus vielleicht noch ein bisschen, ein paar Chancen zugelassen, aber es war schon ein geiles Gefühl einfach. Man kann sagen, das war mit Sicherheit einstudiert. Ja, also ich wollte schon auf den ersten laufen und Kobi wollte, glaube ich, da noch hinspielen. Und da muss ich nur einen Verlänger mit dem Korbdecke. Vielleicht geht er auch ohne meine Verlängerung rein. Aber super, dass es geklappt hat. Jetzt habt ihr auch 3-0 gewonnen, kurz nach Anführfeier stand es ja schon schnell, 2-0. Wie gibt das der Mannschaftssicherheit? Ja, viel. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit so gut wie nichts hinten zugelassen, vielleicht ein paar Abschlüsse von hinten und dann die zwei schnellen Tore. Na klar, dann ist das Selbstbewusstsein wieder da, was vielleicht in den letzten drei Spielen ein bisschen abhanden gekommen ist. Dann haben wir wieder super in die Partie gefunden und naja, Zweikämpfe gewonnen, alles weg verteidigt, aber auch den Moment genutzt, wieder um nach vorne zu verteidigen und den Druck von hinten ein bisschen rauszunehmen. Ja, das hat super geklappt. Zwischendurch, in der Mitte der zweiten, haben es da mal so eine Phase, wo Cottbus richtig Druck gemacht hat. Ist das eigentlich normal im Spiel, wenn man klar führt, dass man dann vielleicht hinten ein bisschen unkonzentrierter wird? Ja, Cottbus hat gedrückt, aber ich fand jetzt nicht, dass sie die großen Chancen hatten. Den einen Abschluss, den Max Hell, glaube ich, und viel mehr war da gar nicht. Also die Flanken, klar kamen viele Flanken oder viele im torgefälligen Bereich Situationen, aber die haben wir alle geblockt und auch rausgekommen, fand ich. Der Trainer hat es dann angekündigt, sodass wir dann wieder rausgeschoben sind. In den letzten fünf Stunden haben wir, glaube ich, den Druck wieder ein bisschen hinten rausbekommen. Ja, und dann haben wir es gut runtergespielt. Du hast ja letzte Woche ja mit der Viererkette gespielt und du hast ja nur die zweite Halbzeit. Heute wieder die Dreierkette, was liegt dir mehr? Was mir mehr liegt, ich spiele in beiden Systemen gerne. Ich habe letzte Saison ein bisschen öfter in der Dreierkette gespielt, deswegen bin ich es mehr gewöhnt, aber ich glaube, dass ich genauso gut Viererkette spielen kann. Ich glaube, dass es heute einfach mal gut war, um wieder Stabilität reinzubekommen. Auch zu Null heute gespielt, unfassbar wichtig für uns, mal wieder Sicherheit zu bekommen hinten. Und ja, ich glaube, das ist systemunabhängig, das muss der Trainer entscheiden, aber das war heute schon super mit der Dreierkette, kann ich nur sagen, das Gefühl. Ganz wichtig, wir haben hart dafür gekämpft. Ich denke, die frühen Tore taten uns gut. Nach drei Niederlagen ist es nicht ganz so einfach, aber wir wollten alles reinwerfen und ja, es ist uns ganz gut gelungen. Wie wichtig war auch der Sieg zu Null? Ja, ich denke, das tut uns allen gut. Abwehrarbeit zählt ja für alle in der Mannschaft, nicht nur die hinten, sondern für alle. Und ja, zu Null tut ganz gut. Kann das sein, dass gerade das Flutlicht hier euch noch ein bisschen mehr beflügelt? Wir wollten einfach allen zeigen, dass wir es doch können. Und wir haben unter der Woche sehr, sehr hart gearbeitet. Wollten den Fans eigentlich wieder was wiedergeben nach der letzten Niederlage. Und ich denke, es ist uns ganz gut gelungen. Sieht man auch, wie eng die Tabelle ist. Mit der Niederlage wäre man ganz unten gewesen, jetzt mit dem Siegknopf, dann wieder ein bisschen oben an. Was sagt das über die Liga aus? Ja, dass die Liga eigentlich sehr, sehr stark ist. Ist eine Floske, aber da kann jeder jeden schlagen. Und das sieht man halt. Und ja, jedes Spiel muss man wieder mit 100 Prozent angehen und dann gucken, was da rumkommt. Jetzt nach Rostock ist man sicher auch kein einfaches Spiel. Was nimmt euch da vor? Ja, ich denke, wir wollen erstmal gut regenerieren. Rostock ist ein starker Gegner und dann wollen wir wieder 100 Prozent in die Waagschale werfen. Normalerweise wirst du, glaube ich, überglücklich über den 3-0, aber jetzt kleine Wermutstropfen, deine gelb-rote Karte kurz vor Schluss. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir machen, also jetzt nicht ein schön anzusehendes Spiel gezeigt, glaube ich, aber die Grundtugenden abgerufen, kämpferisch, läuferisch alles rausgehauen, ganz am Anfang gut die Tore gemacht, dann alles versucht zu verteidigen, was so drauf kam. Und am Ende steht ein 3-0, worüber wir uns, glaube ich, sehr freuen. Aber ich persönlich bin natürlich sehr geknickt nach der roten Karte. Ja, wie hast du das gesehen? Was war das für ein Foul? Ja, ein normales Foul im Mittelfeld. Also ich so und wie sag mal, das erste Foul, was ihr an der Seitenlinie macht, da springe ich mit gestreckten Beinen rein. Da muss ich vielleicht auch ein bisschen cleverer sein und das sein lassen, auch beim Stand von 3-0, dann kriege ich da schon mal nicht gelb. Aber da, ja, muss ich vielleicht auch sagen, ja, kann der Schiedsreder mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, glaube ich, beim Stand von 3-0 nach 89 Minuten die Karte auch in der Tasche lassen. Jetzt habt ihr jetzt heute gewonnen, jetzt steht er wieder ein bisschen besser in der Tabelle, jetzt sitzt nach Rostock, leider ohne deine Mitwirkung. Fährst du trotzdem hin, unterstützt die Mannschaft? Ja, also ich habe gerade schon, Marcel Westgammann noch einen Platz im Auto frei, von daher kann man sich das eigentlich womit ergeben. 3-0 Heimsieg heute gegen Enneby Cottbus, ich denke mal, da sind mehrere Steine vom Herzen gefallen. Ja, auch da müssen wir es jetzt wieder abhängig davon machen, wir werden jetzt einspielen und das machen wir nicht. Wir haben das heute ordentlich gemacht, sich auch mal belohnt, auch eine frühe Führung. Tut bekanntlich immer gut. In dem Fall ist es jetzt wirklich mal so gewesen, ähnlich eigentlich der Spielverlauf letzte Woche für allen, die dann super reinkommen in so eine Partie und wir nutzen das dann halt auch einfach mal machen, das 2-0 und dann wird es für den Gegner natürlich auch schon sehr, sehr schwierig, wieder wieder in einem Auswärtsspiel zurückzukommen. Wir haben es letzte Woche genauso gemerkt. Jetzt hast du ja auch ein bisschen in die Mannschaft herumgewechselt, ich glaube vier neue Spieler gebracht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was war da auch schlaggebende Grund dafür? Nur die Leistung von Aalen? Ja, auch Leistung Aalen, dann immer mal mal wieder den Blick, was spielen die Jungs im Moment auch oder wo fühlen sie sich sicher? Dann machen wir eine Dreierkette daraus, dann wird es sowieso immer, weil wir einen Innenverteidiger mehr brauchen, logischerweise. Mit einem Sechser könnten wir uns auch auffangen, aber den haben wir nicht, der da spielen kann. Also machen wir da eine Dreierkette, brauche ich einen Innenverteidiger mehr, muss ich einen Wechsel schon mal machen. Dann natürlich, wie ist die Trainingswoche? Die berücksichtigen wir halt auch immer. Und was brauchen wir auf dem Platz? Und das haben wir jetzt heute einfach mal, vielleicht auch mal ganz gut gemacht. Letzte Woche halt gegen Aalen machen wir uns halt einfach den Vorwurf, dass wir einfach nicht so präsent gewesen sind. Und dann haben wir einfach so ein Spiel schon relativ unbederhaft aus der Hand gegeben. Du hast Martin Kolanski heute wieder gespielt, direkt zwei Tore gemacht, das ist natürlich überragend. Er hat zuletzt immer mal gespielt, er hat wieder nicht gespielt. Braucht er das vielleicht, um so zu explodieren? Nee, ich glaube nicht, dass er das braucht. Aber ein Spieler mit seinen Fähigkeiten darf einfach eigentlich in keinem Spiel richtig abtauchen. Du musst immer gute Aktionen haben und da versuchen wir ihn gerade hinzukriegen, ihm die Mentalität auf den Weg mitzugeben, sich ja auch noch zu entwickeln. Er ist ja noch ein junger Spieler, das wird ja auch mal vergessen. Man denkt ja halt, er hat auch schon 300 Rittligaspiel, aber das hat er nicht. Und ja, wir versuchen ihm jetzt mal das Vertrauen damit auf den Weg zu geben. Und er hat aber hart gearbeitet in der Woche, in der Trainingswoche. Das muss man auch sagen. Dann macht sich das halt einfach auch dann beim Spiel bemerkbar. Ist das eigentlich im Endeffekt ein Vorteil für Preußen, unter Flutlicht zu spielen? Hättest du unter Flutlicht jedes Spiel gewonnen oder ist das einfach nur Zufall? Ja, das ist schon, also die Jungs haben schon Bock darauf. Und jetzt darf ich aber mal einmal bedenken. Also wenn wir jetzt mal in einem anderen Stadion gespielt hätten und hier ist eine Führung nach 2-0, dann ist das ein Tollhaus. Und hier ist es halt einfach sehr, sehr zurückhaltend. Und das ist einfach schade. Das muss man auch sagen. Okay, das können wir jetzt so ad hoc leider nicht ändern. Da müssen die Preußen-Fans vielleicht mal sich selber mal hinterfragen, woran es liegt. Jannick Bautmann hat ja auch ein Tor gemacht. Er ist ein junger Spieler noch. Er kommt hier direkt aus Münster. Er hat zuletzt noch in der sechsten Liga gespielt. Unglaublich seine Entwicklung. Kann man das so sagen? Ja, das muss man schon sagen. Also man darf jetzt auch mal die Phase nicht vergessen. Schwierige Phase. Und der Junge, der spielt einfach mit einer Bärenruhe, als wenn er das schon regelmäßig macht. Und da muss man echt schon den Hut vorziehen. Der nimmt eine richtig gute Entwicklung. Und da sind wir auch weiter dabei, ihn immer noch Schritt für Schritt ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Das habt ihr eine neue Taktik gehabt in den letzten Spielen. Was heißt neue Taktik? Leon Schmerz macht weiter Einwürfe. Das hat man bei der WM auch gesehen, bei den skandinavischen Ländern. Das Rufa Dadaschoff, das kann, war dir glaube ich noch nicht so bekannt? Ne, hat er mir noch nicht gesagt. Leon mussten wir auch mehr oder weniger zwingen, dass er uns das mal erklärt, warum er das kann. Ja, wir haben es jetzt nochmal so als Mittel versuchen, damit zu arbeiten. Hat ja beim 1-0 geklappt, auch wenn das anders geplant war. Ja, ich habe gerade mal eben kurz zur Wasserflasche gegriffen und habe dann erst gesehen, wie Kobi dann alleine mehr oder weniger schon vor dem Tor stand. Da habe ich mich dann erst wieder ins Spiel eingeklinkt. Ja, manchmal ist das so, da wundert man sich immer, ist der Ball drin. Ja, jetzt geht es nach Rostock und leider, Simon Steinmechner, ziemlich blöden gelb-roten Karte kurz vor Schluss. Wie ärgerlich ist das? Ja, sehr ärgerlich, weil ich fand ihn im Zentrum bei uns sehr, sehr präsent. Nicht alles richtig gemacht, aber hohe Präsenz da gehabt, gutes Zweikampfverhalten. Und ist einfach unser Kapitän. Das ist ein Spieler, der jetzt schon wieder mit gelb-rot fehlt. Er wird uns wehtun in Rostock, das muss man ganz klar sagen. Wird dann 1-1 gewechselt oder überlegst du da wieder was ganz anderes für Rostock? Willst du jetzt noch nicht verraten? Ja, aber wir sind ja jetzt erst nach dem Spiel. Wir müssen erst mal gucken, wie wir überhaupt da rausgekommen sind. Und so viele Möglichkeiten haben wir nicht. Also das ist immer zu berücksichtigen. Wir haben heute schon einen Innenverteidiger auf der Sechser-Position spielen lassen. Das muss man halt auch immer wieder sehen. Es hat heute kurz Philipp Müller gespielt. Ist das wie wichtig, dass man da noch mal eine neue Ergänzung hat? Ich finde es wichtig für den Spieler, dass er einfach mal wieder erkennt, nach einer hohen Leidenszeit, dass er dabei ist und dass er Spiele macht. Ich meine, er hätte die richtig krönen können, indem er noch das Tor macht. Aber er hat halt einfach diesen Zug zum Tor und der ist einfach sehr, sehr gut. Wie weit ist er? Meinst du, wann kann er so mal ein ganzes Spiel spielen oder dauert das noch ein bisschen? Ja, das muss man jetzt auch immer wieder sehen. Gute Trainingseinheiten abliefern. Also das ist halt, man kommt nach einer Verletzung, dann gehst du erst richtig nach oben und dann fällst du manchmal vielleicht noch so ein bisschen noch mal wieder ins Loch rein. Und das versuchen wir jetzt halt zu vermeiden. Er kriegt jetzt halt immer wieder ein paar Minuten zu spielen. Er ist aber ein sehr, sehr guter, talentierter Spieler. Sehr wichtig für uns. Jetzt wie gesagt Rostock und dann direkt Wiesbaden, also eine richtig schwere englische Woche. Was erhofft ihr euch da? Meine sechs Punkte ist klar, aber das ist nicht einfach. Ja, und da sind zwei Spiele, die abends sind. Also von daher haben wir schon mal die Hoffnung, dass die Jungs, ich muss sagen, englische Wochen scheinen denen auch zu liegen. Also ich meine zwei Abendspiele. Wir versuchen, wir versuchen in Rostock was zu holen und haben dann gegen Wiesbaden wieder ein Heimspiel. Und dann, wenn ihr Itu- und dann, wenn ihr euch da wollt, habt ihr euch auch eine GmbH-Einhalb des Einschle professiert. Also wir fahren über das Unterlömmen, die ihr euch tatsächlich gesehen haben, Und dann geht es um einen Begriff. Und dann geht es um eine Begriff,